hier ist euer bierleidenschaft und ja ich habe im biersüftler vier biere geschickt und wünsche euch jetzt viel spaß dabei beim zuschauen so sieht das aus kiste nummer eins und die andere ist noch schwerer deswegen lassen wir die unten so dann mache ich mal auf fangen wir mal an mit dem 83 den andré aus baden württemberg so der hat mir nämlich ein foto geschickt mit bieren da wo ich jetzt nicht so ganz genau wusste wo die herkommen weil ich glaube da war eine schrift die irgendwie ich wieder mal nicht was ist das denn ich nicht so geschickt so und damit habe ich auch gerechnet dass das mit schickt das werde ich euch natürlich auch zeigen zwei stück sehe ich hier auf anhieb und zwar der liebe drachen 83 der hat natürlich kann ich gleich mal ein bisschen werbung für ihn machen er hat auch einen eigenen twitch kanal drachen 83 und da zockt er dann minecraft zurzeit macht der modpack aber ansonsten macht er eigentlich classics minecraft und da ist dann auch die adresse drauf mit twitch also da mache ich gerne werbung für ihn hat man ja auch bier geschickt und die kugelschreiber hatte auch selber mal gedruckt habe ich euch ja mal gezeigt so weiter geht es jetzt erst mal verpackungs material da freut sich mein ironchen gut verpackt sehr gut verpackt hier auch extra noch mal in luftpolsterfolie so bekommen wir das eingepackt hat das ist hier so ein pringelskarton und dann hat er da die flasche ist aufnahmen das kriegt selbst unsere ruby gepost nicht kaputt schauen was da zum vorschein kommt ach da sehe ich auch schon die flasche ok schrift da wo ich nicht so richtig weiß ist das russisch ich habe keine ahnung oder ist das griechisch ich kann das nicht lesen fünf prozent umdrehungen hat das da steht auch leider nicht der name drauf aber das wird dann fröhlich werden auf antippt wenn man das besucht und man weiß noch nicht mal wieder ich kann doch nicht ein tippen auf antippt groß von albert was so geteilt ist aber immerhin 16 1961 kennt das einer was ist da los das wird auf jeden fall spannend also russisch oder griechisch vermute ich mal ist nicht russisch habe ich dir doch gesagt sieht aber verdammt interessant aus auch von der flasche weil diese ganz anders geformt ist griecheland glaube ich das ist schon mal sehr interessant leute weil das haben wir hundertprozentig noch nicht noch nicht und vor allen dingen wenn das jetzt also russische haben wir schon ein paar aber griechische haben wir glaube ich nur das mythos das ist ja so das bekannteste was da aus dem liedel ich habe dir gesagt dass es nicht russisch ist das tatsächlich pringels hat hier in so eine pringel büchse reingepackt der sonne idee muss man mal drauf kommen beim auspacke damit geht es doch einfacher oder wunderbar gespannt was denn da zum vorschein kommt wo jetzt hat er das da drin eingepackt leute biersüffler kämpft mit der verpackung wird da was zu lachen haben wenn das so und da kommt das nächste fläschchen zum vorschein ein auto das kann ich lesen das ist ein lach wo sieht das aus kenne ich auch gar nicht ich weiß nicht was das ist wie du es öffnet selbstverletzung mit so einem löwe da drauf interessant so schön viel verpackungs material und als nächstes haben wir ein beptiner lager so sieht das aus beptiner lager kenne ich auch gar nicht auch noch nie gehört noch nie gesehen und ich weiß auch nicht keine ahnung wo das herkommt steht auch leider nicht drauf also ich kann es jetzt gerade nicht lesen müsste ich wirklich mal bei antippt gucken und schauen wo das herkommt also so aufregend so und da kommt die nächste weihnacht das ist doch tschechisch oder tschechien hat doch eine ganz andere ich weiß aber das klingt nach pivo das klingt nach tschechien leute ja nixiko nixiko es bestimmt falsch ausgesprochen oder so sieht das aus alles grüne flaschen was ist da los das war es gewesen die kiste ist leer sind vier stück auf jeden fall international wie gesagt das land kann ich euch leider nicht verraten das werden wir dann aber rausbekommen wenn ich sie dann teste und die werden wir natürlich hier auf instagram dann auch vorstellen mit foto und mit verlinkung der brauereien denke mal wenn wir glück haben sind die hier auf insta vertreten nicht und zu guter letzt das vierte das sieht dann so aus dann werden wir das testen also ich denke mal das wird jetzt so ich habe jetzt das ist Untertitelung des ZDF, 2020